Charakter Nachdem ich beim letzten Mal grob die Frage beantwortet habe, wieso ich die Ponys gucke und was ich für den Erfolg der Serie im Allgemeinen verantwortlich mache, möchte ich mich heute einmal etwas praktischer damit auseinandersetzen. Ein wichtiger Schritt, um die Ponys zu verstehen, sind die Charaktere. Jedes Pony hat seine eigene, klare und deutliche Persönlichkeit. Und während diese zu Beginn oft kaum mehr als Ich bin schüchtern, ich bin ländlich, ich mag schicke Sachen, ich bin gerne schnell, ich bin hyperaktiv und ich bin ein Nerd beschränkbaren, so haben sich die Figuren im Laufe der Zeit doch ziemlich entwickelt. Sie sind relativ nachvollziehbar und auch halbwegs lebensecht geschrieben. Vor allem aber geben die Sprecher ihnen alle eine Persönlichkeit, die sich deutlich von den anderen unterscheidet. Zumindest im englischen Original. Ich will nicht unbedingt sagen, dass die deutschen Sprecher ihre Sache schlecht machen. Nein, wirklich nicht. Ich finde die Stimmen sogar ziemlich gut gewählt und sie spielen ihre Rollen vollkommen zufriedenstellend. Aber die Übersetzungen und Skripte sind im Deutschen einfach nur peinlich. Jeder hat wohl seinen Liebling unter den Main Six. Und während ich zum Beispiel Twilight und Pinkie Pie lieber mag als Rainbow Dash, so gibt es doch kein Pony unter den Hauptcharakteren, das ich wirklich nicht mag. Sie sind alle sympathisch und man könnte sich gut vorstellen, mit ihnen selbst befreundet zu sein. Nach einigen Folgen oder gar Staffeln werden diese Figuren zu richtigen Persönlichkeiten. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Autoren und Sprecher ihre Sache gut machen. Wenn eine Sendung über die Tatsache hinwegtäuschen kann, dass wir uns über bunte Khartoum-Kleimpferde den Kopf zerbrechen, dann hat doch irgendjemand irgendwo etwas richtig gemacht. Aus diesem Grund gibt es auch so viele Pony-OCs. Die Leute wollen einfach selbst Teil dieser fröhlichen und schönen Welt voller netter und sympathischer Figuren werden. Das ist doch ein Antrieb für mein Hörspiel. Die Vorstellung, ein Pony in Equestria zu sein, ist klasse. Man ist umgeben von gut gelaunten Mitbürgern, die Welt ist voller Magie, Abenteuer und spaßiger kleiner Geheimnisse. Es ist eine absolute Idealvorstellung. Und wo wir gerade beim Thema sind. Ich versuche im Hörspiel, den Tonfall der Serie möglichst einzufangen, aber ihm einen gewissen Twist zu geben. Ich mache etwas derbere Witze und probiere aus, wie weit ich mit welchen Elementen gehen kann, ohne dass es zu weit vom Ursprungsmaterial abgeht. Dass ich aber überhaupt auf die Idee kam, das mit MLP zu machen, anstatt all meine Konzepte einfach im Kontinuum, also meiner Nicht-Pony-Geschichte, einzuarbeiten, rührt daher, dass bei den Ponys im Grunde alles möglich ist. In der Serie sind unzählige Referenzen und Anspielungen versteckt und seien es Standard-Stilmittel und Animationstricks. Eine Folge kann vielleicht in einem fernen Land spielen, eine andere nur in einem normalen Haus in Ponyville. Diese breit gefächerten Möglichkeiten laden dazu ein, sich seine eigenen Gedanken zu machen. Man überlegt gerne, wie es wäre, selbst dort zu sein und seine eigenen Abenteuer zu erleben. Meine blauen Geschichten sind im Endeffekt genau das. Meine Ideen, Vorstellungen und Überlegungen zu MLP. Und in meinen eigenen Ohren gelingt es mir auch halbwegs gut, den Tonfall der Serie einzufangen und damit zu spielen, wenn man danach ist. Kein Wunder, ich schreibe es ja schließlich so, wie ich selbst es gern hören würde. Aber mal Hand aufs Herz. Wer von euch würde nicht gerne in Equestria leben, wenn er es könnte? Nun gut, vorausgesetzt, die Ponys sehen auch so aus wie in der Serie und nicht. Naja, wisst schon, wie echte Pferde. Bleh. Das soll nun keine Ermutigung sein, sich in dem Gedanken zu verlieren, ein Pony sein zu wollen. Nein, das ganz bestimmt nicht. Ein gewissen Hauch von Realitätsbewusstsein sollte sich nach Möglichkeit jeder von uns bewahren. Aber ich wüsste auch nicht, wieso man dieses Gedankenspiel nicht mitmachen sollte. Puh, nun sollte einigermaßen klar sein, was ich persönlich an der Serie My Little Pony mag. Und wieso ich mich als Fan davon bezeichne. Vielleicht spreche ich ja sogar für einige andere Bronies oder gebe zumindest ein paar Denkanstöße. Nicht, dass man es unbedingt erklären können sollte. Es ist einfach nur interessant, sich selbst Gedanken darüber zu machen. Und das hier soll keine Rechtfertigung sein. Nein, wirklich nicht. Man muss sich dafür nicht rechtfertigen, eine Serie anzusehen. Denn eigentlich sollte es den ganzen Leuten komplett egal sein, aus welchem Grund ich eine Serie mag. Ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, aber ich vertrete die Ansicht, dass es im Grunde komplett meine Sache ist, womit ich meine Zeit verbringe, solange ich damit niemand anderen störe. Ich werde zum Beispiel auch nicht so oft gefragt, warum ich Star Wars gucke oder warum ich Strategiespiele mag. Wieso ist das also bei den Ponys so eine große Sache, dass andauernd die Leute danach fragen müssen? Vermutlich ist es einfach die Tatsache, dass man auf den ersten Blick nicht die guten Seiten sieht, sondern nur eine weitere pinke Sendung für kleine Mädchen. Und wer als Kerl eine Sendung für kleine Mädchen guckt, der muss ja zwangsläufig in irgendeiner Art und Weise gestört sein. Dass die Hintergründe dabei gar nicht so abwegig sind und man sich darauf durchaus einlassen kann, wenn man nur seine Zweifel abstellt, ist den meisten Leuten dabei ziemlich egal. Anders mag es für Frauen aussehen, die MLP mögen. Das kommt für die meisten wohl etwas weniger überraschend als bei einem Kerl. Aber dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich habe schließlich keine Erfahrung damit gemacht, wie es sich als Pegasister lebt. Oh Gott, das Wort ist einfach super. Also, einmal mehr. Guckt einfach, was ihr gucken wollt und macht euch nicht so viele Gedanken darüber, was irgendwelche Trotteln im Internet dazu sagen. Und wenn ihr zu eben diesen Trotteln gehört, die sich für lustig halten, wenn sie alle Bronies als schwule Pädophile bezeichnen, dann setzt euch in die Ecke und schämt euch. Denn ihr habt nicht im Ansatz verstanden, worum es hier eigentlich geht. Um den Spaß an der Freude. Nun ja, ich bin dann auch mal wieder weg. In den Weiten des Universums nach interessanten Dingen suchen, die mich für die nächsten paar Minuten unterhalten können. Q-Referenz und so. In diesem Sinne, gute Nacht! In diesem Sinne, gute Nacht!